Musik Vor einem halben Jahr haben wir umgebaut und haben jetzt eine wunderschöne große Theke von 22 Meter. Mein Chef sagt immer, wir sind ein Tante-Emma-Laden in Groß. Wir quatschen sehr gern mit unseren Kunden und es macht immer Spaß. Sie kommen gerne einkaufen. Heutzutage Fachkräfte zu bekommen, ist natürlich alles nicht einfach. Deshalb züchten wir die uns selber. Unsere Jüngste ist 17 und unsere älteste Mitarbeiterin ist 67 Jahre alt. Vor fünf Jahren gab es ja mal einen Trend von wegen SB und das ist besser und hast du nicht gesehen. Wir haben immer gesagt, wir bleiben bei der Bedienungstheke. Wir bauen auf frische, fachliche Kompetenz und das hat uns Recht gegeben. Weil ich lieber die Kunden bei mir an der Theke habe, weil ich sie a besser bedienen kann. Und wissen Sie was? Der kauft auch noch mehr bei mir. Das geht, sondern ich bin runners. Das geht, ich bin definitelyey핑er. Das geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017